Dekodi, deutscher Konverterdienst, guten Tag, mein Name ist Christa Kaumeyer, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Dekodi, ich komme in Frieden und beabsichtige, meine buchhalterischen Vorgänge zu optimieren. Ah, ich verstehe, Sie benötigen betriebswirtschaftliche Automatisierungslösungen für Ihr Unternehmen. Dieses ist korrekt. Und die Verarbeitung Ihrer Daten soll in Sekundenbruchteilen, also fast in Lichtgeschwindigkeit erfolgen? Zustimmung, genau. Ich zeige Ihnen kurz, wie schnell das geht. Na, was sagen Sie dazu? Hallo? Hallo, sprachlos? Hallo, wo sind Sie denn? Her? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020